Yo, was geht ab Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Hypes auf unserem Kanal. Diese Woche gibt es mal wieder echt sehr sehr viele gehypete Releases. Zwar nicht so viele normale Releases, aber wen interessieren die schon, wenn es extrem viele gehypete gibt? Außerdem habe ich wieder den ein oder anderen sehr sehr coolen Fashion Drop für euch. Dementsprechend bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, um keine dieser Informationen zu verpassen. Und wie immer, dürft ihr diesem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben geben, denn lassen wir uns wirklich selber unterstützen und einiges einiges weiterhelfen. Für die Leute, die jetzt noch auf diesem Kanal sind und wirklich gar keine Ahnung haben, was Hypes ist, stellen wir euch alle Informationen vor, die sich der Sneaker und Fashion Hair zu wünschen kann. Dementsprechend lasst auf jeden Fall mal ein Abo da und schaltet die Glocke an. Und falls ihr es so nicht gemacht habt, checkt uns auch mal auf Instagram aus, denn dort posten wir immer wieder Sneaker-related Sachen und allgemein könnt ihr ein bisschen was über unser Leben erfahren. Und das ein oder andere Mal gibt es da auch die ein oder andere Raffle-List. Also checkt uns da auf jeden Fall aus, lasst ein Abo da, würde uns sehr freuen und sehr weiterhelfen. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt aber direkt zum Top-Thema der Woche. Und für mich ist diese Woche das Top-Thema eine Sache, die uns persönlich sehr interessiert und am Herzen liegt. Und zwar handelt es sich um unser eigenes Mode-Label Trend Vision. Dort wird es jetzt am 11.12. unsere erste Collection geben, Weekend in San Diego. Und dort wird es insgesamt vier verschiedene Pieces geben, zwei Hoodies und zwei Tees. Zwei Hoodies haben wir schon auf unseren Trend Vision Instagram Account geleakt bzw. angekündigt. Dort könnt ihr uns einfach mal auschecken, uns dort abonnieren, dann werdet ihr auch noch die nächsten beiden Pieces sehen. Auf jeden Fall wird es dort jetzt am 11.12. unseren ersten Release geben mit vier Pieces, zwei Hoodies, zwei Tees wie gesagt. Und meiner Meinung nach sind die echt sehr, sehr gut gelungen. Wir haben eigene Schnitte, wir haben eigene Designs und auch eigene Stoffe. Also wir haben die nicht irgendwo gekauft oder sowas, sondern sogar noch selber produzieren und anfertigen lassen. Also wir sind wirklich komplett auf unsere eigene Stimme gegangen, haben unser eigenes Ding durchgezogen. Und wir planen das Ganze jetzt im Prinzip schon seit drei Jahren. Vor drei Jahren haben wir schon mal T-Shirts rausgebracht, aber das war nicht so richtiges. Und jetzt sind wir seit April, März so ungefähr dabei und versuchen hier an unserer ersten Collection zu arbeiten. Und jetzt ist es endlich soweit. Wir haben lange darauf gewartet. Wir sind extrem, extrem zufrieden oder mehr als zufrieden mit unseren Klamotten, die wir jetzt rausbringen werden. Und deswegen würden wir uns auch über euren Support freuen. Also checkt uns auf jeden Fall schon mal auf Trendvision aus. Und sonst am 11.12. werdet ihr dort auf unserer Webseite die Sachen bekommen. Falls ihr Early Access wollt, checkt uns da auch einfach mal auf Instagram aus. Dort werden wir noch ein bisschen Early Access vergeben. Nicht mit Codes oder sowas, sondern wir werden das ein wenig anders machen. Also checkt uns da auf jeden Fall aus. Ich hoffe trotzdem, dass wir genug produziert haben, dass auf jeden Fall jeder was bekommt. Aber wenn ihr safe was bekommen wollt, dann auf jeden Fall auf Early Access gehen. Wie gesagt, das kriegt nicht jeder, aber wir werden noch ein paar Zugänge verlosen. Und sonst würde ich sagen, wir freuen uns drauf. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und noch eine kleine Sache, was wir uns so hinter Trendvision gedacht haben und wo wir, sag ich mal, hinwollen. Wir, also Tu und ich und auch mein Bruder, sind in den letzten Jahren alle sehr, sehr viel verreist. Wir haben extrem viel von der Welt gesehen, von verschiedensten Orten. Und an jedem Ort gibt es immer andere Religionen, irgendwie andere Art und Weisen, wie die Leute leben. Und auch komplett andere Fashion- und Streetwear-Szenen sozusagen, die alle so einen anderen Style haben. Und unsere Vision ist sozusagen, von jedem dieser Orte immer was Neues mit in unsere Collections mit einzubringen. So, dass es sozusagen nicht die extremste Version von den Styles in den jeweiligen Ländern ist. Aber, dass immer etwas implementiert wurde und dass wir uns eben daran inspirieren lassen. Aber natürlich auch an der Kultur, an den Regionen. Und deswegen werden wir oder werdet ihr immer irgendetwas aus dem jeweiligen Land, auf das die Collection bezogen ist, etwas erkennen können vielleicht. Deswegen, wir haben auf jeden Fall Bock darauf. Wir freuen uns auf das, was wir alles noch mit Trendvision machen können. Jetzt steht aber erstmal unsere erste Release an, wo wir echt uns über euren Support freuen würden. Also checkt uns auf jeden Fall aus, lasst ein Abo da, supportet uns, checkt die ganzen Posts aus, repostet uns. Wie auch immer, wir würden uns wie gesagt sehr freuen. Und ich würde sagen, das war es jetzt erstmal zu Trendvision. Und wir kommen jetzt zu den normalen Ministers und da fangen wir am 5.12. an mit Nike Espinant Glow in dem Huit Colorway. Dieser Schuh wird 100 Euro Ministers kosten und in den Zeiss US 8 bis 11 so um die 180 Euro im Reset bringen. Ich persönlich muss sagen, ich finde den Schuh sehr cool. Besonders jetzt für den Winter ist der definitiv nicht schlecht. Denn es ist ein Colorway, der so ein bisschen Farbe mit reinbringt in die Outfits. Weil meistens kennt man das vom Winter. Ich trage selber oft im Winter eigentlich nur weiß-schwarz. Sehr, sehr monochrom gehalten. Und ich finde es cool, wenn man damit den Schuh wenigstens ein wenig Farbe mit reinbringen kann. Deswegen definitiv ein cooler Colorway jetzt für den Winter. Und der ist auch nicht zu auffällig. Meine Empfehlung hier, wenn ihr den bekommen solltet, flippt den auf jeden Fall. Denn ich denke, es wird nicht zu schwer sein, den zu bekommen. Auch wenn Nike den auf der Nike Sneakers App als Draw gelistet hat, gehe ich davon aus, dass es nicht zu schwer sein sollte, den Schuh zu bekommen. Deswegen meine Empfehlung hier, flippt den einfach. Ich glaube auch nicht, dass er mit der Zeit so extrem nach oben gehen sollte. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt auch schon direkt weiter mit den Gehyped Releases. Wie gesagt, normale gab es nicht so viele. Aber bei den Gehyped Releases habe ich mal wieder einiges für euch. Und da fangen wir jetzt am 3.12. an mit dem Nike Dankai in dem Visite Purple Colorway. Dieser Schuh wird nur in einen Woman Size Run rauskommen. 100 Euro Mutter kosten. Und in den Size EU 42 bis 44,5 wird der Schuh so um die 200 Euro im Resale bringen. Ich habe jetzt bewusst die EU Sizes genannt, weil das sozusagen die Sizes sind, die jetzt am größten sind. Also es geht nicht höher als eine 44,5. Und es ist immer leichter bei Woman Size Runs die EU Sizes zu nennen, weil sonst gibt es da meistens Verwirrung. Dementsprechend die besten Sizes werden hier EU 42 bis 44,5 sein. Sonst würde ich sagen, definitiv ein sehr cooler und cleaner Colorway. Core Purple Colorways finde ich allgemein immer sehr cool. Und ich glaube, dass auch die Community die immer sehr cool findet. Und an sich ist das auf jeden Fall auch ein recht historischer Colorway. Also er kommt im Prinzip den Colorblocking sehr nah von dem True to be School Pack. Allerdings ist es nicht 100%ig, sage ich mal, einer aus diesem Pack. Denn ich glaube, erstmal gab es den Colorway nicht so. Und das zweite ist, dass die Sohle nicht eine, sage ich mal, komplett durchgefärbte Sohle ist. Sondern das ist so eine Eissohle in einem Purple Look. Dementsprechend auf jeden Fall ein Schuh, der sehr cool ist. Nicht 100%ig, sage ich mal so, OG ist. Aber dennoch finde ich den sehr cool. Und mich stört es selber nicht mit der Sohle. Und allgemein, was jetzt kein OG Colorway ist, denn ich finde den Colorway einfach sehr, sehr clean. Und ist definitiv ein guter Schuh. Dennoch würde ich euch empfehlen, den kann man auch einfach flippen. Denn wie gesagt, es lohnt sich nicht immer. Also wie ich das auch schon im letzten Video schon gesagt habe. Es lohnt sich nicht immer, jeden Schuh zu stocken. Sondern man kann auch einfach mal den einen oder anderen Schuh straight flippen. Und das Geld mitnehmen, weil die 50 Euro, die man nach einem Jahr da rausholt, darauf kann man auch manchmal verzichten. Dann geht es jetzt weiter mit einem Yeezy 350 V2, der in der Vergangenheit ein echt sehr, sehr beliebter Yeezy war, den viele Leute haben wollten. Aber ich glaube, jetzt wird der Andrang nicht mehr so extrem hoch sein. Dennoch ist es auf jeden Fall ein cooler Schuh für viele Leute von euch. Und zwar handelt es sich hier um den Adidas Yeezy Boost 350 V2 in dem Red Colorway. Dieser Schuh wird jetzt am 5.12. unter anderem auf der Adidas App rauskommen. Dort könnt ihr euch jetzt schon für sozusagen das Draw eintragen. Und dann werdet ihr ausgelost, ob ihr den Schuh bekommt oder nicht. Der Schuh wird 220 Euro Mutter kosten. Und ich bin der Meinung, dass er so in den Size US 8-12 so um die 350 Euro Moose herbringen wird. Aber allgemein sollte jede Size ziemlich profitabel sein. Man sollte mit jeder Size eigentlich gut etwas Moose herausholen können. Ich persönlich finde den Schuh, wie gesagt, nicht so cool. Ich finde den Colorway zwar an sich ist er clean. Aber ich bin nicht so der Fan von schwarz-roten Schuhen, die komplett schwarz mit rot sind. Wenn es so noch ein bisschen weiß dabei ist, geht es meiner Meinung nach. Aber sonst muss ich sagen, finde ich den eher nicht so cool. Des Weiteren wird der Schuh so um die 500.000 Mal rauskommen, was echt sehr, sehr oft ist. Also ich denke mal, dass es recht einfach sein wird, den Schuh zu bekommen. Dennoch glaube ich, dass der Resell von dem Schuh trotzdem ganz gut bleiben wird. Und wenn euch interessiert, wo der rauskommt, wie gesagt, der kommt auf der Adidas App raus. Bei SNS, Endbeast, A Few, Asphalt Gold und noch vielen mehr. Deswegen da einfach mal die ganzen Stores auschecken. Unten in der Beschreibung sind Links zu diesen Stores, wo ihr direkt zu den Stores kommt. Und sonst würde ich sagen, flip den Schuh, wenn ihr ihn bekommen solltet. Wie gesagt, es ist ein Restock, der kam vor drei Jahren raus. Der würde jetzt nicht nochmal weiter nach oben gehen. Dann wird es ebenfalls am 5.12. weitergehen mit dem Nike Esplan Glow Frameskate Habibi. Dieser Schuh wird jetzt, wie gesagt, am 5.12. rauskommen. Einen Witterpreis von 100 Euro haben. Und in den Zeiss US 8 bis 11 wird er so um die 300 Euro im Hüse herbringen. Ich persönlich muss sagen, dass der Schuh an sich ganz clean ist. Aber ich ihn auch selber nicht haben wollen würde. Denn es ist auch nicht jetzt so ein Schuh, der mega, mega hinaus stricht. Zum Beispiel die Kollabo mit Civilis Berlin war da ein wenig krasser. Aber man kann auch nicht immer so eine krasse Kollabo haben. Was ich dennoch bei diesem Release sehr cool finde. Wenn ihr an dem Release daran teilhaben wollt und den sozusagen bekommen wollt, den Schuh. Dann habt oder da müsst ihr euch ein Spiel runterladen. Beziehungsweise ein Spiel spielen, welches jetzt vom Frameskate kommt. Dort gibt es, sag ich mal, verschiedene Challenges. Glaube ich, Skateboard Challenges, die ihr mal erledigen müsst. Und wenn ihr das geschafft habt, könnt ihr eure Daten eingeben und euch für den Release eintragen. Ihr werdet dann die Information, glaube ich, am 4.12. bekommen. Ob ihr den Schuh bekommen habt oder nicht. Das ist im Prinzip sozusagen deren Raffle. So werden die den Release Handhaben. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, wie die das gemacht haben. Ist definitiv eine interessante Sache. Und deswegen finde ich Dank Release auch immer so cool. Weil es wird nie langweilig. Es gibt immer eben coole, interessante Sachen. Man hat meistens immer Spaß an den Releases. Deswegen definitiv cooler Release. Mein Schuh ist es, wie gesagt, nicht hundertprozentig. Aber dennoch krasses Ding auf jeden Fall. Für wahrscheinlich viele Leute von euch. Und sonst würde ich sagen, wenn ihr den bekommen solltet, kann man stocken. Ich persönlich würde den aber auch flippen. Denn ich glaube nicht, dass die Kollabo so weit nach oben gehen wird. Sondern er so auf den Preis stagnieren wird. Dann geht es jetzt weiter mit einem Schuh, der echt sehr, sehr krass ist. Ich persönlich würde ihn jetzt selber nicht kaufen und ihn auch selber nicht tragen. Dennoch ist es auf jeden Fall ein krasser Schuh. Und zwar wird der jetzt am 4.12. rauskommen. Und es handelt sich hier um den J-Ballwin Jordan 1 in dem Colors E. Vibras Colorway. Dieser Schuh wird 165 Euro im Mutterkost. Und in den Zeissus 8 bis 12. Denke ich mal, wird der nach Release so um die 500 bis 600 Euro im Resale bringen. Momentan liegt der bei 1000 Euro im Resale. Aber der wird, denke ich mal, in einer sehr, sehr hohen Stückzahl rauskommen. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass der nach dem Release noch einiges droppen wird. Es kann sein, dass der sich auch bei 700, 800 Euro einpendelt. Aber wenn ihr meine Meinung wissen wollt, dann würde ich eher sagen, dass der 500 bis 600 Euro nach dem Drop im Resale bringen wird. Ansonsten, wie gesagt, sehr, sehr krasser Schuh. Das Konzept ist definitiv sehr wild, dass man so ein Disrupted hat. Der auch so ein bisschen einfach andere Formen und sowas hat. Der einfach ein bisschen anders aufgebaut ist auf jeden Fall. Und dann eben in diesen bunten DIY-Color, sage ich mal, finde ich das auf jeden Fall an sich sehr cool. Aber für mich wäre da ein Hauch zu wild. Ich würde den jetzt selber nicht so tragen, weil ich den dann nicht ganz so clean finde. Aber sonst, definitiv krasser Schuh. Und auch die Leute warten schon sehr, sehr lange da drauf. Denn der wurde jetzt im Februar beim Superbowl von J Balvin in der Halbzeitshow, glaube ich, getragen und angeteast sozusagen. Und jetzt ist es erst soweit, dass er released wird. Also da auf jeden Fall ein an sich krasser Release. Und sonst, für die Leute, die J Balvin nicht kennen, unter anderem kannte ich ihn jetzt auch nicht so mega gut. Das ist ein kolumbianischer Sänger. Mehr kann ich euch dazu auch nicht sagen. Denn ich bin da nicht so wirklich drin jetzt bei ihm. Sonst, meine Empfehlung. Ich würde den Schuh am besten nach dem Release flippen. Ich glaube nicht, dass der nochmal so extrem hoch gehen wird. Denn wie gesagt, jetzt liegt er bei 1000 Euro. Und wenn er dann meistens so hart droppt, ist es schon ein Anzeichen, dass der, sage ich mal, im Resell nicht noch viel weiter wieder nach oben gehen wird. Deswegen meine Empfehlung, hier den Schuh am besten zu flippen. So, und dann geht es jetzt ebenfalls nochmal weiter mit einem Nike Dunk High. Und zwar wird der jetzt am 9.12. rauskommen. Und zwar handelt es sich um den Versailles Maze Colorway. Dieser Schuh wird 100 Euro Mutter kosten. Und in den Zeissus 8 bis 12 so um die 200 Euro im Resell bringt. Ich persönlich muss sagen, dass ich den Colorway sehr cool finde. Und das ist jetzt auch wieder ein OG Colorway, der damals sozusagen in dem Be True to Your School Park rauskam. Welches sozusagen die ersten Colorways waren von den Nike Dunk High. Ich persönlich finde, wie gesagt, allgemeines Colorblocking von den Schuhen ziemlich geil. Also dieses Gelb mit Schwarz gemixt gefällt mir sehr, sehr gut. Und sonst würde ich sagen, ist es ein Schuh, mit dem man definitiv nichts falsch machen kann. Denn Nike Dunk Highs sind eigentlich immer cool. Tu finde die sogar zum Beispiel besser als die Lows. Ich finde beide eigentlich ziemlich gleich cool. Aber sonst definitiv ein sehr, sehr cooler Colorway. Gefällt mir sehr gut. Ich denke mir mal, ich werde mir auch versuchen den zu kaufen. Denn für 100 Euro kann man mit den Schuh echt wirklich, wirklich nichts falsch machen. Und sonst würde ich sagen, da meine Empfehlung. Flipp den einfach. Der kann zwar auch mit der Zeit wieder nach oben gehen. Aber ich glaube nicht, dass es so weit sein wird. Deswegen da meine Empfehlung einfach zu flippen. Ich habe jetzt allgemein bei dieser Serie bei vielen Schuhen gesagt, dass man die flippen soll. Denn wie gesagt, es lohnt sich einfach meistens nicht die zu stocken. Es lohnt sich echt meistens den Schuh direkt nach dem Release straight zu flippen. Und dann kriegt man meistens sogar noch zum Beispiel jetzt anstatt 200 Euro auch 250, 275 Euro. Und dann, bis er wieder den Preis, sag ich mal, bis er diesen Preis wieder erreicht hat, wird es so lange dauern. Deswegen meine Empfehlung bei vielen Schuhen diese Folge, die einfach zu flippen. So Leute, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch mal wieder mal zu den Leaks & News im Stiga-Bereich. Und fangen wir da mal am 11.12. an mit einer sehr, sehr coolen Kollabe. Und zwar handelt es sich um eine Kollabe zwischen Stussy und den Nike Air Force One. Dort sollen nämlich jetzt zwei Colorways rauskommen. Einmal ein Fossil Stone Colorway und ein Black Colorway. Beide Schuhe werden 130 Euro Mütter kostet. Und in der Zeit ist US 8 bis 11 werden die so um die 200 bis 300 Euro im Reset bringen. Ich persönlich muss sagen, dass ich die beiden Colorways sehr cool finde. Es sind schlichte Colorways, die aber nicht zu schlicht gehalten sind. Das Upper ist so aus so einem gewebten Stoff. Und allgemein finde ich, der hat so ein, zwei ganz coole Akzente. So, dass es so ein bisschen distressed ist. So an manchen Stellen all over, also sehr cooler Schuh. Und sonst würde ich euch empfehlen, wenn ihr den bekommen solltet, den auf jeden Fall zu stocken. Denn der kann so nach oben gehen, wie die Spill in Couch 2. Die teilweise in den Woman Sizes, also in den ganz kleinen Sizes, bei 800 Euro liegen. Deswegen hier meine Empfehlung. Wenn ihr den bekommen solltet, stockt den einfach mal. Der kann noch gut mit der Zeit nach oben gehen auf so 400, 500 Euro. Kann sogar sein, dass es recht schnell gehen wird. Und sonst glaube ich halt, dass der auch nicht wirklich droppen wird. Deswegen meine Empfehlung hier. Wenn ihr den bekommen solltet, kann man die auf jeden Fall mal stocken. Dann habe ich jetzt noch einen Release für euch, wo das Datum noch nicht wirklich feststeht. Aber die Colobus ist sehr, sehr cool. Und zwar handelt es sich hier um eine Colobus zwischen Nevis und dem New Balance 992. Dieser Schuh wird, wenn er rauskommt, 180 Euro Multikosten. Und in den Size 8 bis 11 wird er 200 Euro, vielleicht 250 Euro maximal, denke ich mal, im Reset bringen. Dennoch muss ich sagen, dass ich den Colorwear und die Materialien, die bei diesem Schuh verwendet wurden, sehr, sehr cool finde. Und allgemein einfach sehr schlicht und angenehm finde. Ich kann mir sehr gut vorstellen, den Schuh zu tragen, denn er hat einfach all over einen sehr, sehr coolen Look. Mit diesen ganzen Wildleder-Akzenten und diesem sanften Grau, würde ich schon fast sagen. Kann ich mir echt vorstellen, den zu einigen coolen Hosen tragen zu können. Dementsprechend, falls euch so ein Release interessiert, ich weiß, ihr seid jetzt alle nicht die größten New Balance Fans und sowas. Dennoch finde ich definitiv ein cooler Schuh. Und meine Empfehlung hier, flippt den oder kauft ihn euch eher einfach Personal. Denn damit solltet ihr dann, wenn ihr ihn Personal haben wollt, auch wirklich nichts falsch machen. So und den letzten Leak, den ich dann diese Woche für euch habe, den handelt es sich um den Nike Espinant Glow in dem Pink Pick Colorway. Dieser Schuh wird 2021 erst rauskommen. Dennoch wollte ich euch jetzt schon mal über den informieren. Und zwar wird der Schuh 100 Euro Mutter kosten und in den Size US 8 bis 11 kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er so 300 Euro aufwärts im Reset bringen wird. Denn dieser Schuh oder dieser Colorway ist inspiriert an ein Le Mans Auto vom Porsche. Ich werde euch hier einfach mal ein Bild einblenden von diesem Auto, welches echt sehr cool ist. Und zwar ist es ein Auto, welches bei Le Mans beim Rennen mitgefahren ist. Und da kommt halt diese Farbe her, dieser Pink Pick Colorway. Das Auto hieß auch Pink Pick, denn er ist in diesem Design gewesen. Auf jeden Fall definitiv ein sehr interessanter Release. Ich glaube nicht, dass ich den Schuh selber tragen würde. Obwohl, das Pink könnte auch ganz cool sein. Dementsprechend, ich würde sagen, wir warten einfach mal ab. Aber auf jeden Fall cooler Release. Ich wollte es trotzdem schon mal ankündigen. Und ob man den jetzt flippen oder stocken soll, würde ich sagen, warten wir nochmal, wenn wir näher zu dem Release rankommen. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt nochmal wieder mal weiter mit dem Fashion Studio Bereich. Wo wir jetzt am 3.12. anfangen mit Supreme Box Logo Hoodies. Und ich glaube auch T-Shirts. Ich bin mir da nicht hundertprozentig gerade sicher. Auf jeden Fall werden die Sachen am Donnerstag um 12 Uhr mittags auf der Supreme New York.com Seite rauskommen. Mehr möchte ich dazu aber auch nicht sagen. Denn ich finde die Sachen wirklich nicht mehr so prickelnd. Vielleicht noch, dass sie 168 Euro Mutter kosten. Und dass man die bestimmt irgendwie resenken kann. Aber sonst würde ich sagen, kommen wir jetzt zur nächsten Collection. Die jetzt am 4.12. rauskommen wird. Und zwar handelt es sich hier um die Madison Clothing Junior High Collection. Dort wird es jetzt am Freitag um 18 Uhr die zweite Collection jetzt von Madison Clothing geben. Und zwar wird es insgesamt 8 Pieces geben. 2 Tees, 2 Hoodies, 2 Jacken und 2 Hosen. Da gibt es nämlich wieder College Jacken, Trackpants, T-Shirts, Hoodies. Und da würde ich sagen, checkt auf jeden Fall meinen guten Freund Gianni aus. Und supportet ihn da an seinem Release. Denn so wie ihr uns supporten könnt, könnt ihr auch ihn supporten. Würde uns sehr freuen. Ich finde es definitiv eine nice Collection. Ich glaube morgen oder übermorgen kommen bei mir auch noch ein, zwei Pieces an, auf die ich mich freuen kann. Deswegen da definitiv Madison und Gianni auschecken. Würde uns sehr freuen, wenn ihr da ein bisschen support da lassen würdet. Dann geht es jetzt nochmal weiter mit zwei weiteren Releases. Und zwar einmal am 6.12. gibt es einen neuen Repute Vision Drop. Da habe ich leider noch nichts von den Pieces gesehen. Ich denke mal, das werdet ihr aber auf Repute Vision und bei Elia in der Story noch sehen werden. Deswegen checkt da auf jeden Fall mal Repute Vision aus. Denn dort gibt es bestimmt wieder das eine oder andere nice Piece. So und bei dem letzten Fashion Release, den ich dann noch für euch habe, handelt es sich um No Faith Studios. Dort wird es jetzt am 6.12. ebenfalls auch einen Release geben. Ich habe hier schon ein Piece aus der aktuellen Collection. Und zwar Tudas zugeschickt bekommen. Das ist hier so eine Bag, die so im Lederlook ist. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Eine Sache, die ich dazu sagen muss, die Pieces sind ein wenig anders. Aber es werden sehr, sehr krasse Hosen zum Beispiel unter anderem kommen. Und allgemein krasse Pieces. Ich glaube nicht, dass es jetzt für jedermann von euch etwas ist. Aber es gibt bestimmt den einen oder anderen, der solche Pieces sehr, sehr cool findet. Deswegen auschecken lohnt sich. Checkt da auf jeden Fall mal den Instagram Account aus von den lieben Louis Doppelgarden. Also von seiner Brand. Deswegen da auf jeden Fall auch ein bisschen Supporter lassen. Würde uns wirklich sehr doll freuen. Deswegen da definitiv bei allen drei. Bei Johnny Repute Vision und bei Louis Doppelgarden. Also bei No Faith Studios. Definitiv Supporter lassen. Würde uns sehr freuen. Und sonst würde ich sagen, machen wir jetzt nochmal zu guter Letzt weiter. Mit dem Hold or Sell Bereich. Wo ich über vergangenes Liga Release rede. Und euch eben Empfehlung gebe, ob ihr die Schuhe mittlerweile verkaufen solltet. Also sie sellen solltet. Oder ob ihr sie noch ein bisschen weiter stocken solltet. Also sie weiter holen solltet. Also behalten solltet, bevor ihr sie verkauft. Wie immer, das sind nur meine eigenen Gedanken. Meine eigenen Empfehlungen. Falls diese nicht stimmen, hafte ich nicht dafür. Wenn irgendwelche Informationen nicht stimmen. Und ihr Verlust oder sag ich mal, doch irgendwie gewinnen. Was auch immer machen solltet. Auf jeden Fall, hafte ich da nicht dafür. Ich würde sagen, wir fangen direkt erstmal mit einer Hold Empfehlung an. Und zwar handelt es sich um den Jordan 5 in der Kollabe. Also mit Off-White in dem Sale Colorway. Wenn ihr diesen Schuh immer noch bei euch zu Hause rumliegen habt. Und ihn bis jetzt noch nicht verkaufen konntet. Oder ihr gedacht habt, ich stock den mal lieber bla bla bla. Was an sich erstmal falsch war. Dann würde ich trotzdem euch jetzt empfehlen, den nochmal 6 bis 12 Monate zu stocken. Denn ich kann mir vorstellen, dass er irgendwann nochmal wieder auf 650 Euro hoch geht. Also auf den Wert, der nach dem Release, sag ich mal, anstand. Deswegen meine Empfehlung hier. Falls ihr den noch zu Hause rumliegen habt. Dann kann ich euch empfehlen, den definitiv nochmal ein wenig zu stocken. Dann habe ich aber zwei Sell Empfehlungen für euch nochmal. Und zwar handelt es sich hier einmal um den Jordan 4 in der Metallic Red, Purple, Green. Was weiß ich, Colorway. Diese Schuhe sind jetzt mittlerweile echt sehr, sehr hoch. Also die sind vom Resell Wert fast auf 400 Euro angekommen. Und ich glaube nicht, dass die noch viel höher gehen werden. Denn ich denke mal, dass das definitiv so ungefähr der Peak sein wird. Deswegen da meine Empfehlung, den zu sellen. Ich kenne allgemein wenig Jordan 4er, die über, sag ich mal, 400 Euro sind. Außer der, zu dem ich jetzt komme. Und zwar handelt es sich hier um den Jordan 4 in der Kollabe mit Off-White. Und zwar handelt es sich hier um den Fossil Colorway. Der liegt momentan echt bei einem sehr, sehr guten Wert. Und der kann natürlich auch nochmal mit der Zeit weiter nach oben gehen. Aber es kann halt eben sein, dass man dann über die Zeit auch wieder Interesse an diesen Schuh verliert. Und dass der nochmal runter gehen wird. Deswegen meine Empfehlung. Deswegen nutzt es aus, dass ihr jetzt gerade sehr viel Geld für den bekommt. Und verkauft den einfach am besten. Das ist persönlich meine Empfehlung. So Leute, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt nochmal zu guter Letzt, zu dem Fits der Woche. Wo ihr mich und Tu auf euren Instagram-Bildern markieren könnt. Und wenn uns die Auffits und die Bilder gefallen, werden wir euch mit in Zeitung mit reinnehmen. Wie gesagt, das ist so eine kleine Sache, damit wir euch etwas zurückgehen können. Und ich würde sagen, wir fangen mal direkt mit dem ersten Auffit an. Das kommt hier von Kevin Zender. Er trägt hier auf diesem Bild einen dunkelgrünen Crewneck. Der von weiß ich nicht was kommt. Ich kann es leider nicht hundertprozentig erkennen. Ich denke mal, das könnte auch einfach so ein Vintage-Crewneck sein. Dazu trägt er dann eine dünnere Metallkette und dann noch eine Perlenkette, die wir auch in letzter Zeit sehr gut oder sehr cool finden. Irgendwie habe ich aber mein Armband davon verloren, was ein wenig ärgerlich ist. Dann trägt er hier noch auf diesem Bild eine beige Totebag, die definitiv auch zu den Rest des Outfits passt. Denn er hat hier auf diesem Bild noch eine beige Kurthose, wenn ich mich nicht richtig täusche. Und dann trägt er noch die Nike Gedanken Kai in dem Pro Green Colorway. Was dann natürlich auch perfekt wieder mit dem Crewneck matcht. Also Allover meiner Meinung nach ein sehr, sehr cooles und cleanes Fit, mit dem man nichts falsch machen kann. Das zweite Outfit kommt dann von Fabi1903 oder von Fabi1903. Er trägt hier auf diesem Bild, ich fange mal wieder von oben an, auch eine Perlenkette, die auch wieder sehr cool aussieht und dazu passt. Dann auch ist das ganze Outfit wieder farbig sehr gut gematcht und so ein bisschen so in Pastelltönen gehalten. Denn er trägt wieder so ein Pastellt-T-Shirt, dann so eine grüne Pastell-Sip-Jacke, wie auch immer, von Vasset glaube ich. Dazu dann eine beige Hose, die auch sehr gut passt und dann noch die Jordan 1 in dem Lucky Green Colorway. Also da auch Allover wieder ein sehr, sehr cooles Outfit. Grüße gehen hier raus an dich. Und das letzte Outfit kommt dann von Harry.unterstrich79. Er trägt hier auf diesem Bild einen Hoodie von Peso aus der Spoiled Youth Collection. Dazu dann einen Puffer-Jacket glaube ich von LFDY. Und dann noch eine verwaschene Jeanshose, die echt sehr, sehr cool aussieht und cool fittet. Und dann glaube ich noch Nike Air Force One in Weiß. Also auch das Allover sehr cooles Outfit, sehr coole Bilder. Grüße gehen hier raus an dich, mach weiter so. Sonst würde ich sagen, war es aber auch schon mit dem Fitzer-Woche und allgemein mit diesem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen und ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen. Wenn das der Fall war, lasst mich auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben wissen und schreibt das Ganze unten in die Kommentare. Und falls ihr noch auf diesem Kanal seid, herzlich willkommen. Ihr dürft uns natürlich gerne abonnieren und die Glocke anschalten. Und sonst würde ich sagen, wie gesagt, checkt uns wirklich gerne, gerne mal auf Trendvision aus. Checkt uns auf Kleck aus oder unseren Partner Kleck. Außerdem noch auf Instagram, würde uns wirklich sehr freuen. Und sonst würde ich sagen, war es das jetzt endgültig mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.